Hallo, herzlich willkommen beim Personal Trainer in Karlsruhe, Andreas Trienbacher. Und zwar der Klimmzug-Wettbewerb, der ist noch im Laufen, der läuft noch bis 25.05.2013. Es gibt einen wahren Gutschein im Wert von 250 Euro für Nahrungsergänzungen in meinem Webshop. www.athletik-sports-food.de 250 Euro SAPS, das heißt mindestens zwei bis drei Monate ausgesorgt mit Supplementen. Also, bis dato gibt es schon vier Klimmzug-Clips, höchster, mit 18 Wiederholungen. Somit meiner Ansicht nach leicht zu toppen, weil ihr habt ja schon drei Wochen Zeit zu üben. Es sind auch schon einige Üben, was ich gehört habe, da kommt nächstes Mal einiges rein. Klimmzüge, und zwar korrekte Klimmzüge, ohne Zughilfen, ohne Unterstützung, nicht an der Maschinenunterstützung, keiner hilft beim Hochdrücken, eigene Klimmzüge mit eigenem Körpergewicht. Und zwar komplett ausgeführt bis zum Kinn über der Stange und vor allem nach unten ganz durchgestreckt. Aussehen sollten Sie so, hier mindestens die Schulterbreite und dann nach oben bis zum Kinn, aufhöhe der Stange. Und dann natürlich da davon, wenn es geht, so viel, wie möglich. Meine 20 zählen natürlich nicht von meinen Clips, sondern eure 10. 18 ist bis jetzt die Vorgabe. Und die sind zu toppen. Derjenige, der 18 gemacht hat, der ist auch schon dran, ich glaube, der wird wohl die 19 bis 20 knacken. Wo sind die Klimmzug-Cracks, die im Studio so lässig Klimmzüge machen? Bin gespannt, was noch kommt. 52 Euro Nahrungsergänzung aus meinem Web-Shop. Aber allo, ich finde dieses Angebot perfekt und das für ein paar Klimmzüge. Ich warte bis zum 25.05. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Andreas Rienbacher, Personal aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe. Nichts, meineлись. Alsipsel her www.osrp.de